schwerer autodiebstahl 5 auf linie das v steht für fünf kann mir gleich jemand helfen nicht scheiße zu sein dafür können wir aber nichts wir werden animes auf deutsch da steht ein fettig über eine bruder ja da schmeckt so gut die spielten in mir kann ich deine milch trinken bruderherz oh pussy tippen bruderherz natürlich darfst du das schwesterchen geschichten aus dem saarland ein baue 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 hallo ich bringe sie um also ich würde so immer noch fehlen aber er ne macht das nicht er kann ich wurde mir von der orbitalkanone geholt das muss rein was kann man eigentlich gegen eine orbitalkanone machen nix nichts ja gut du kannst dich du kannst dich über eine brücke verstecken aber dann kann eine gesteuerte orbitalkanone schießen was ist mit diesem derby falsch das muss in die kompetition rein das ist mein erstes mal used gadgets genau ja hör auf hör auf laser kanone was ein ding wer hat das ein spiel eigentlich nee komm das war's für heute spiel jetzt fortnite ab aber manche menschen den kann man auch nicht mehr helfen wollen wir eine neue lobby nehmen ich will ihn hier töten damit er nichts mehr hat ich sehe ihn der ist direkt vor mir der kommt hier jetzt gleich mal rheinland panzer deutsche qualität kosten da wurden er ist verschwunden ist unsichtbar ja ja das ist auf der karte nicht sichtbar nein er ist auch in echt unsichtbar der hat sich er hat sich halt insens als mc präsident ja ich steig aus weil ich keine sterne wie wir jetzt bekommen ich bin ausgestiegen er hat sich geschossen er hat sich geschossen er hat sich einfach sofort eine neue lobby ach ey solche spieler jetzt hab ich mir über playstation geschrieben was schreibt er denn wie soll ich gegen den kämpfen wenn er nur gadgets benutzt wenn er nur gadgets benutzt was ist mal it's easy with jet loser geht plans versus zombies spiel junge frau was hast du was hat der was hat der so wenn ich gleich nochmal was schreibe dann schreibe ich dann kommt eins gegen eins unter deinem Panzer das hallo sportwagen pang 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 hallo 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 ja ja hui ist leider ein personen motorrad kannst nicht mit drauf ah jetzt hast du ne ja sonst hab ich auch das sieht eigentlich auch ganz gut aus ja warte ich zick dir mal mein motorrad wenn mein mechaniker jetzt nicht lutscht scheiße wie du wurdest gekickt das sieht mal nice aus wie macht man den ach komm ja du musst den ja noch kaufen da kannst du den machen was ja mein die roller achso ach natürlich nicht im ernst doch im ernst oh mein gawd oh mein gawd jungs ja ja ey sein zandasch ist so schlecht warum du hast nicht vor AHT gesagt egal ich auch das gewinn manchmal ist gta so schön du musst einfach mal ein first person hier einfach durchlaufen lädst du ihn grad ein was nö zu tollsig dann kann er uns hier beleidigen und vielleicht hätte ich dann was für youtube ach so explosion töten menschen man ich bin wieder da ich habe nichts gemacht hä wo bist du denn jetzt wie wo bin ich denn jetzt warte ich bin direkt hier was war das das war ich sag doch ich bin direkt hier ah jetzt habe ich den loch in die scheibe geschossen hm hä hä du bist grad hä bist du tot wieso hast du mich umgebracht ich hab dich nicht umgebracht du bist einfach der standkammer ich hab dich umgelegt komm du bist einfach gestorben du bist ich schwöre ich schwöre auf gott du bist einfach umgefallen du bist tot ich schwöre auf gott ich habe auf deine scheibe geschossen ja und danach in deinen kopf aber davor bist du schon gestorben nicht wegen mir ich schwöre ja mein spaß ich hab selbst mal gedrückt weil du mir schaden gemacht hast hast du mir den kill bekommen achso oh hallo hast du gerade noob kanone gesagt ach mann ach mann was natürlich ein deluxio oh ne gar nicht ist ein noobbike was hat mich jetzt schon wieder kaputt geschossen ein noobbike oder ein deluxio ich bin mir nicht sicher normales deluxio und noobbikes fliegen hier grad rum warum wird nur wieder ich abgeknallt ja keine ahnung warum hast du mich so viele spieler wissen du bist böse ich bin gar nicht böse ich bin gar nicht böse nein bin ich nicht ich weiß ich aber das wissen die ja nicht ach hier seitdem ich mein schaff muss ausmachen ja ja dann hau rein wir sehen uns morgen oder hören uns morgen jo tschau tschau was macht der helikopter da siehst du den aus simon ich hab den auch gesehen jetzt mal versuchen den zu klauen oh schau es auf hast du jetzt gesehen sein charakter läuft jetzt einfach weg ja ich hab's gesehen das oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein ich komm hier nicht durch oh hallo